Wie weit ist der zweite Automat vom ersten Schmockimat weg? Kennt ihr alle den Automat, oder? Ja! Kennt ihr auch den zweiten schon? Nein! Keiner kennt meinen zweiten Automat, deswegen gehe ich da nicht zu Fuß hin. Hier ist der Schmockimat 1.0, direkt neben dem Laufstück in Göttingen. In der Groner Straße. Jetzt geht's zum zweiten. Und wir haben jetzt genau 7.109 Schritte. Jetzt gehen wir in der Abkürzung hier lang. Jetzt sind wir bei 7.500 Schritten. Und da hinten aus der Innenstadt sind wir gekommen. Am Bahnhof vorbei. Der Café Barcelona vorbei. Und jetzt gehe ich hier kurz zur Esso. Ich hole dreimal Amazon-Rutscheine. Gehe ich von der Tankstelle wieder hier rüber. Im Übrigen Boxhotel, das günstigste Hotel in Göttingen. Da ist die Tankstelle. Hier ist das Alpenmax. Genau neben dem Alpenmax und dem Boxhotel ist der Automat. Jetzt macht ihr den Automat auf. In diesen Automaten gibt's auch das Sirup. Ich klebe jetzt drei Karten hinter irgendwelche Sachen. Mit diesem Klebeband. So. Kleiner Tipp für den ersten. Vielleicht erkennt ihr ja die Packung. Mach ich den wieder zu. Jetzt wisst ihr, wo der zweite Automat steht. Aber wie viele Schritte bin ich jetzt gegangen? Und dann wieder tun. Vielen Dank.